Und der 2-Stop, ich weiß nicht, wie viel langsamer das hier ist. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so viel langsamer ist, wegen den ganzen schnellen Kurven. Wenn man da nämlich abgefahrene, härtere Reifen hat, dann kommt man da nämlich auch nicht mehr so gut durch. Okay, wir haben dann mal sehen. Ja, da habe ich einen Einschlag gehört. Ich weiß aber nicht, wer es war. Jetzt geht dafür auch die schnelle Runde. Der WM-Führende, der wird sie jetzt auch direkt wieder abbrechen, weil das war immer nix. Ach was, die fährt auch gerade auf den super weichen Rad raus, ja. Der will wahrscheinlich auch einen Bord sein haben. Ja. Die halten ja 9 Runden, die super weichen. Das heißt, man wird so eine Runde, jetzt hier mit Outlab und alles sowas, da haben zwei aufgegeben, sind die kollidiert. Weiß ich nicht. Aber da nur ein Mercedes fährt. Also, ähm, hat in der Box. Und los geht's. Los geht's. So. Halbwegs, nee, schlechter Start. Evil ist schon direkt daneben und wird vorbeiziehen in Kurve 1, außer Basti bremst viel später. Ja, aber das, die kommt auch noch. Der WM-Führende ist noch später und geht außenrum vorbei an Evil da geteilt. Und Daffy dreht sich, Daffy dreht sich. Das war ein sehr unglücklicher Fall. Alter Schwede. Ach, Mann, no meter. Hier ist ein paar weit draußen, hat viele Plätze gewonnen. Hier geht alles gesittet zu, oder? Mehr oder weniger. Boah. Richtig funktioniert. Ja. Aber kommt jetzt die Attacke? Ich glaube, ja, nein. Du kommst aber ein bisschen früher. Willst nicht. Hinten geht jetzt Don Dolle an Nils Troide vorbei. Wieder. Weil Nils Troide da langsam fährt. Was ist denn da los? Hatte das Auto kaputt? Da fehlt... Fehlt nix. Ist jetzt im Kies. Da hinten fährt ein Alfa Romeo in die Wand. Nils Troide verliert das Auto. Was ist jetzt hier los? Hier im hinteren Feld. Abgekürzt. Ja, der hat sich die Fahrt abgekürzt. So, bleibt aber noch hinten. Er ist vorbei, aber er ist sehr nah dran gekommen. Aber hinten überholt jetzt Mampel. Richtig Poppy. Und was sind wir schnellste Rennrunde? Oh, der ist ja schon bald an Poppy und Mampel dran. Das ist... ...nicht so schlecht. Er sieht noch heil aus. Ja, wird man gleich sehen. Also, das heile aussehen tut er, ja. Expliziz geht jetzt an Mokki vorbei. Ui. Aber Mokki außenrum... Ne. XBZ gleich mal mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Und Dosti geht auch vorbei. Ganz cool. Und Tiefenentsprung. So, über die Ziele geht als dritter. Expliziz, bleibt noch dritter. Und jetzt kommt Dosti und wird dritter. Podium an ihn. Genau, Poppy noch mal mit der schnellsten Rennrunde. 19-2. Deutlich schnellste Rennrunde. Na, okay, 14. I'm Greatness is 7. Wir warten auf Mampel. Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Geht jetzt über die Ziellinie. Doch! Oh Gott, wie ärgerlich, oder? Ja, doch, nee. Jetzt kommt noch Snapklar. Ich glaube, das ist für den Rennrunden.